ja guten tag geht's und so halli hallo verdammt ich habe schon wieder ey gesagt ja in der letzten folge sind wir verdammt sind wir dort hingekommen da wo höchstwahrscheinlich der boss ist und diese folge ich merke gerade ich bin an der falschen lagerfeuer diese folge wollte ich den anderen weg nehmen auf der anderen seite der da hier so über die brücke da rüber läuft führt allerdings möchte ich schauen ob das kleine ja 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 ich bin so alarmiert wenn ich die bogensyhene spannend höre ja also moment und und ja 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 ich wollte mal versuchen das kleine die kleine kristallechse ich bin echt aufgeregt mit dem deutsch zu erwischen schuldig bin ich gerade so aufgeregt, 3 mal habe ich es schon nicht geschafft Woos, 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 woos? Was, woos was, woos?! Nein! Ja! 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 Ja, 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 oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, Befriedigung, verloß meinen ganzen Körper, oh, ich habe zweimal gedacht, die renn wieder weg, oh, oh, Adrenalin, oh, Beflaz, Adrenalin hatte ich noch nicht im Spiel, oh, oh, ein Horror auf dem Deutsch, oh, ich möchte diesen Körper einfach nehmen und mir einen Kamin hängen, oh, oh, ich bin ja noch lebendig, oh, oh, oh. Oh, du wunderschöne Kreatur. Mögest du in Frieden ruhen. Du Prachtglanz, Objekt der Schöpfung. Ich zittere leicht an der gestern Hand jetzt. Naja. Ein Hoch auf den Sieg. Ich habe auch erst mal ein Gebet. Ich kann nicht Latein singen. Möge deine Seele eine gute Zeit verbringen. Amen werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist kein christliches Gebet gewesen. Okay, fängt schon mal ganz gut an, sehr gut. Also, wir reisen hier in die Unpotensitlung. Und gehen diesmal nach rechts. Wegen des Gebet. In Dostrid gilt die Hohepriesterin seit langer Zeit als eine der drei Säulen der Herrschaft eines Königs. Die Hohepriesterin war auch als ihr Arme des Prinzen. Die Hohepriesterin war auch als ihr Arme des Prinzen. Und was macht der Ring Boom? Die Hohepriesterin war auch als ihr Arme des Prinzen. Und was macht der Ring Boom? Die Hohepriesterin war auch als ihr Arme des Prinzen. Und was macht der Ring Boom? Nein, das würde zu viel werden. Gut, dann bleibe ich bei dem Schild. Ahhhh... Ja, mach doch dritte wann du willst! So, 5000 Seelen sollte ich dir nicht lieber verwenden. für irgendwas hier ist die verliere ich gehe mal schauen moment ja entschuldigung das muss sein so bitte hier ist der Teleport Feuerwandschwein die zeringen ist bei einem in einem drinnen stempel ist erhöht bei geringer tp vorübergehend Ausdauerverbrauch den Tag nicht aufsteigen wie viel würde das kosten benötigte denen 3000 wie war das nochmal ich wollte die geschicklichkeit auf 20 nein oder Vielen Dank. Moment, ich muss mal kurz meine Lüste rausholen. Moment, das hätte ich vielleicht vorher noch mal machen sollen. Hab nicht daran gedacht. Moment, gleich haben wir es. Zwei Minuten vielleicht oder weniger. Moment, Moment. Das ist das. Also. Die Schieblichkeit brauchte ich glaube ich 19 auf jeden Fall. Oder? Ich glaube ja, wenn ich mich nicht irre. Äh, ja. Das war Kondition, ach der Ausdauer, okay. Belastbarkeit war, wie viel ich tragen kann. Ja. Hm. Also in meiner Lüste steht, dass ich auf jeden Fall Geschicklichkeit 19 brauche. Also nehme ich mal hier die Geschicklichkeit auf 19. Und dann gehe ich bei stärker auf 18. Ja, die Gänz habe ich auf 10. Äh. Glaube, pausern auf 25. Irgendwann. Äh. Das ist noch. Oder Moment, Moment, Moment. Äh. Nein, 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 nein. Zurück. Ja. Der, 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 der Schill, der eine da. Der, der da. Was brauchte ich für ihn? Stärke 18. Das brauch ich soweit eh erstmal nicht. Gut. Ich nehme, ja. Ich nehme die Geschicklichkeit auf 19. Dann habe ich die Geschicklichkeit schon mal, wo ich die haben wollte. Dann bin ich zu 25 und das ist ganz gut. Ja. So. Yay. Alter. Ich wusste gar nicht, dass er mit Kuss schlägt. Äh. Tut mir leid. Oh, alter. Oh, oh mein Gott. Äh. Äh. Ähm. Nein, gut. Äh. Äh. Was mache ich denn, Mensch? Ich stussel. Äh. Äh. Gibt es hier irgendwas mit Entschuldigung? Äh. Nein. Gut. Dann nehme ich das hier. Äh. Ja. Guten Tag. Tut mir leid. Oh mein Himmel. So. Das wäre erledigt. Ui. Wie schnell die Zeit verfliehen. Hier. In Toten Siedlung. Entschuldigung. Ich sch chips. Das war deine Tau mucha. Aber es ist ein bisschen verrückt. Das war sehr. Okay. Und ein bisschen. Ich bin sie jetzt wieder. Ich bin sie. Ich bin sie. Ich bin sie. Ich bin sie. Ein Hoch auf die Heilung! Der erste taktische Zauber. Nein, was, was, nein, ey, toll, wow, 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 ich wusste gar nicht, dass die sowas auch kennen, oh, Sklavenaxe, juhu, hab ich angefangen mehr Schaden zu machen, Moment, kann sein, ach, äh, hier, Moment, Mensch, das Ding, was ich vorhin bekommen habe, was, 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 was macht das denn hier, das da, scharfe Edelstern durchschwirken, um scharfe Waffe herzustellen, oh, cool. Da ist das Erntedankfest. Kommt es mir wirklich nur zuvor, dann mache ich es wirklich mehr Schaden. Hm. Okay. Oh, 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 komm rein, komm rein, äh, komm raus, Mann, ich, nein, Nein. Toll. Nope. Das waren die Zauber, zweimal geht wo. War es das hier schon? Ja. Das ist ein eher riskantes Manöver, eigentlich. Bleib liegen. So. Jetzt, hier, weiter war ich nicht. Oh, da hat, da ist noch so einer mit einem Großschutz, mit einem Zweihänder. Oh, oh. Wow. Okay. Alles klar. Oh. 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 Okay. Okay. Da hat die Kamera ganz krass verzogen gerade. Okay. Okay. So. Hier ist nichts weiter. Dann öffnen wir mal die Türe. So, mal gucken, wie es dahinter aussieht. Oh. Da ist das Bogenschüssen-Typ und ich glaube, ich bin eine Reichweite, oder? Oder schieße ich hier nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich war gerade beim Lesen. Alter. Boah. Boah. Ich wollte gerade vorlesen. Alter. Ne, Moment, das war nicht so. Alter Schwede. Also, was ich sagen wollte, äh, Kato Khois Hundschild, auch er kann parieren. Okay. Allerdings, was bringt er mir sonst? Also, dass er vielleicht ganz gut in... Für, naja, nicht Ritter ist. Die kleine Sklavenachse, was kann die denn? Schnellschritt. Nichts Besonderes, also. Oder ist das was Besonderes, ich habe keine Ahnung. Da. So viel dazu. Was gibt es hier Neues? Was? Da geht es noch runter? Ah, da, ja, ich sehe es. Oh. Okay. Oha. Ui, da sind ja zwei solche. Äh, drei. Ne, was? Hä? Der hat ja Körbe. Hä? Okay. Das wird ja ein... Lustiges Level. Meinst du, ich habe das nicht... Oh, die schmeißen Feuerbogen. Wenn WD-Sagent sind, sind das? Was sind das hier? Ist es das, was ich sch... Ich weiß, was soll ich sagen? YOLO und reinrennen, oder soll ich sagen... Stopp, die Pause, äh, die Folgenpause. Ach, YOLO. Was bist du denn? Soll ich mal lieber heilen, bevor er kommt? Komm her, du, was bist du? Wer bist du? Ui. Ist das ein Krug voll Fleisch? Okay, 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 weg dich ab, Junge. Kommst du hier nicht durch? Doch, da kommt ihr durch. Es ist ja drin, oder? Yo. Kann ich eigentlich... Eie. Boah, war das knapp. Wie eine Katze zur Seite gesprungen. Er hat Ätzel, hat er, hat er, hat er, hat er, hat er Ätzel? Nein. Okay, bei dem muss ich noch lernen, wie ich ihn bekämpfen kann. Nein. Gut, das war der? Äh, äh. Okay. Ja, ich merke schon, ich werde vielleicht Pfeile und Bogen brauchen. Hm. Wie viele Pfeile habe ich überhaupt? Ich habe... Null. Aber ich habe Bolzen. Und Bolzen bringen mehr. Okay. Wisst ihr was? Ich glaube, nächste Folge wird es ein bisschen... Fallenbogen-Gameplay geben. Aber diese Folge mache ich Schluss. Und sage danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.